ja hallo meine werten fitnesskultisten mein name ist mit deutsch und das der magiens fitness channel heute haben wir das thema diät mal ein bisschen anders der eine oder andere wird sich vielleicht fragen was will er denn jetzt schon wir im prinzip hat er uns schon seine wettkampf diät vorgestellt wir das ganze handhab auch mit den kurz diäten wie sowas abläuft ja das stimmt aber jetzt möchte ich euch einfach mal darüber erzählen wie ich das gerade handhabe ich bin ja ein bisschen am testen ich mache ein bisschen selbst studien dementsprechend wie kann ich quasi mich selbst noch beziehungsweise mein eigenes agieren ernährung und so weiter training natürlich noch optimieren wie kann ich mich noch verbessern weil man will sich ja immer noch ein stück weit verbessern auch wenn es gut läuft und ich für testen vielleicht gibt es noch eine bessere war bessere variante mit der ich quasi das ganze besser händeln kann so und im prinzip geht es sehr in die ef china mittlerweile also ich habe die lektüre sind mit dem fasting nicht gelesen bisher da kam ich noch nicht zu ich weiß so ungefähr wie das grundschema ist und ja ich habe zwei zeitpunkte am tag an dem ich nahrung aufnehmen das quasi morgens da meistens nur ein geringfügigen anteil quasi von dem was ich am ganzen tag an kilokalorien erste ich bin meist bei 500 600 kilokalorien ist im prinzip eigentlich auch nur hauptsächlich ein bisschen eiweiß ein bisschen fett durch meinen eiweiß pancake oder durch ein omelette was ich mir mache oder ähnliches und über den tag hinweg dann wirklich nur wasser und kaffee und dann wirklich abends wirklich den entsprechenden großteil des gesamten quasi kalorienkonsums setze ich wirklich auf den abend nachdem ich quasi dementsprechend eine lange fasten phase so dass so im prinzip über den tag durchlaufen habe einmal den 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 hunger punkt überwunden habe das ja immer eigentlich im prinzip das schwierigste wenn er in der hunger kommt da jetzt nicht gleich zum kühlschrank zu rennen wenn man das essen gleich nebenan hat und sich wieder voll zu stopfen und dann danach auf dem boden zu liegen und denken was habe ich eigentlich jetzt schon wieder für eine scheiße gemacht ja und wirklich nach dem training esse ich dann nur also vorher die ganze zeit nichts auch meistens ist so dass ich irgendwann hunger bekommen die paar minuten das sind dann oft ein bisschen eklig wenn man so stark aber das verfliegt dann ja noch kurz nach 10 15 minuten ist vorbei und ich gehe wirklich mit voller leistungsbereitschaft in das training wirklich hinein maximal habe ich vorher noch einen kleinen kleinen bca shake das war es dann aber auch wenn überhaupt und denn wirklich nach dem training den großteil der kilokalorien und damit fahre ich sehr sehr gut sowohl vom wohlbefinden her also ich fühle mich wirklich sehr sehr gut damit also ich habe jetzt nicht irgendwie dass ich mich ausgelaugt fühle oder sonstiges also mir geht es wirklich sehr sehr gut auch von der leistung her geht es mir extrem gut weil es ja dann immer heiße wenig kohlenhydrate weil ich habe momentan maximal 120 gramm irgendwo zwischen 60 und 120 gramm liege ich meistens am tag kommt auch so ein bisschen darauf an ob ich jetzt beim training war oder nicht an trainingstagen dementsprechend noch ein bisschen mehr halt über linsen kartoffeln also glutenfrei zudem auch noch also achte wirklich darauf dass meine ernährung glutenfrei bleibt weil ich mich damit einfach besser fühle milch habe ich noch drin weil ich mit mich im prinzip keine wirklichen probleme habe aber quasi mit den ganzen weizenprodukten und so weiter da ist mein magen denn auch zu nervös für aber auch das wohlbefinden wie gesagt durch die blutzuckerschwankungen also ich fühle mich den ganzen tag mit dieser ernährungsweise momentan fit ich habe keine müdigkeit zeitpunkte was mir sehr gut gefällt für eine diät ich kann beruhigt quasi abnehmen also es ist ein sehr sehr einfaches abnehmen wenn man weiß okay du hast den ein punkt oder quasi mal für 15 minuten wirklich ein starkes hunger gefühl das verschwindet denn nachher aber auch du kannst den ganzen tag wasser trinken und halt ein bisschen kaffee und so und abends kannst du den wirklichen magen richtig krass voll hauen gerade nach dem training und ja ich werde das ganze weiter verfolgen ich wollte nur mal zwischen statement quasi zwischen info abgeben ich habe jetzt schon die 88 kilo erreicht quasi also bin schon das eine oder andere kilo mittlerweile runter ich habe jetzt quasi einen kleinen ladetag eingelegt also wir befinden uns jetzt zwei tage vor der challenge das war jetzt am freitag wo ich jetzt das video gedreht habe ich weiß jetzt nicht wann das ankommt und zwei tage vor der challenge hier habe ich jetzt noch mal keinen ladetag ein bisschen glukogen speicher auf um die glukogen speicher ein bisschen aufzuladen eigentlich vom befinden her bräuchte ich es nicht das ist nur für mich so ein bisschen okay da kannst du auch mal einen kleinen diät break machen beziehungsweise deine glukogen speicher ein bisschen wieder auffüllen um auch wirklich auf dem top level der leistungsfähigkeit möglichst zu bleiben refeed können wir noch mal ein anderes mal drüber sprechen warum ich den jetzt auch zwei tage quasi vor der challenge mache und nicht direkt davor weil es leistungstechnisch bei mir der meistens besser aussieht und nicht direkt am tag nach dem refeed das soll jetzt aber nicht thema sein ich wollte euch kurz informieren also zwei mahlzeiten zeitpunkte wir relativ low carb viel fett dementsprechend also ich glaube 15 45 40 oder so ist gerade so die verteilung also sehr stark wie gesagt eiweiß und fett halte ich wieder mal ich habe auch vor jetzt mit einem gewissen abstand zur challenge wenn sich das mit meiner diät wieder quasi richtig eingependelt hat so dass es nicht verfälscht wird durch das was ich jetzt gegessen habe quasi möchte ich halt auch meine blutwerte kontrollieren lassen halt gucken wie wirkt sich das ganze aus wie wirkt sich die ernährungsweise aus weil im prinzip ja noch mal die blutwerte quasi gut widerspiegeln wie sieht es jetzt im körper aus das wohlbefinden ist die eine sache bei den ernährungsformen ist natürlich immer wichtig die gesundheit im auge zu behalten viele wollen auch immer sehr sehr stark ins extreme gehen also ich sage jetzt auch nicht keine kohlenhydrate oder sonstiges weil ich das für wenig zweckmäßig erachte aber die tendenzen kann man natürlich verschieben und gucken wie wirkt sich das ganze wirklich aufs blutbild an weil das ist quasi im prinzip eine valide aussage um zu sagen ist diese ernährungsform günstig oder nicht so das soll es erstmal soweit gewesen sein ich mache sicherlich noch mehrere videos zu dem thema weil sich das auch quasi in die aufbauphase rüberleiten wird weil da habe ich auch schon ein paar vorab ein paar testläufe gemacht da war ich aber noch nicht in frankfurt konnte somit noch nicht so detailliert quasi meine ernährung selbst steuern da gab es immer ein paar abhängigkeiten das wie gesagt ein kleines info video wenn euch das video gefallen hat dann liked es gerne wenn euch irgendwelche spezifischen sachen zu dem thema jetzt auch oder zu anderen themen interessieren schreibt es gerne unter das video wenn ihr anmerkungen habt oder ähnliches vorschläge gerne und das video quasi platzieren und ja wenn ihr noch mehr solche videos haben wollt bzw die leute die noch kein abo haben abonniert gerne den channel ich freue mich immer über neue abonnenten dann weiß ich auch dass die videos gesehen werden wollen und ansonsten leute denkt immer daran ist all about games bro